moin moine und herzlich willkommen liebe zuschauer und abonnenten zu einem kleinen ja viel glück video und zwar ja ich möchte den leuten die morgen zur deutschen jugio meisterschaft fahren alles als glück der welt wünschen habt viel spaß dort lernt nette leute kennen genießt die zeit es ist nur einmal im jahr und ich hoffe natürlich ihr werdet viel fun haben warum habe ich ein leuchtenden punkt im gesicht hallo ja ich wünsche euch alles glück der welt leute also genießt das echt das ist ein tolles feeling dieses jahr kann ich ja leider nicht dabei sein was soll's schade für die natürlich die gehofft haben mich dort zu treffen geht leider nicht anders vielleicht kann man das irgendwie anders noch mal einrichten dass man sich trifft aber im moment ist das alles ein bisschen voll ich komme auch gerade von der arbeiten vom einkaufen und genieße gerade noch mal ein bisschen die abendluft ein bisschen runterkommen ein bisschen entspannt gerne noch was schönes essen noch ein paar sachen aufräumen ich meine es ist spät aber es muss passieren und ja mehr möchte ich eigentlich gar nicht sagen ich bin in euren decks ich bin bei euch und auch an dich gf falls du dieses video sehen solltest ich will mir da ja nicht so sicher ich glaube eher weniger trotzdem wünsche ich dir das allerbeste denn du hast dich gut darauf vorbereitet du weißt in der meta serie wie es läuft und hast schon einige turniere gewonnen letztens ist er erster oder zweiter geworden von großen turnier und ja mal schauen was er mir letztlich berichtet und ja leute haust da rein schaust da rein bis zum nächsten mal und tschüss euer dengoku senpai sign it out ja leute ja leute ja leute ja leute ja leute